Musik Wenn man durch Mainz läuft, wird Geschichte lebendig. 2000 Jahre Geschichte haben hier ihre Spuren hinterlassen. Also hier außenrum sieht es völlig anders aus als zu meiner Zeit. Da oben stand der Hof zum Gutenberg, nachdem ich mich auch genannt habe. Eigentlich heiße ich ja Johannes Gänzleisch, aber ich habe mich nach dem Hof benannt, der der Familie gehört hat. Johannes Gutenberg. Und hinter mir, das ist St. Christoph, das ist meine Taufkirche. Also wir sind hier am Kirschgarten. Hier ist noch sehr viel Alters. Und gerade das Haus hinter mir erinnert mich an meine damalige Zeit, das Haus zum Aschaffenberg. Ich brauchte Geld. Und der Ahnhold Geldhus, ein Verwandter, hat mir 150 Gulden geliehen. Er hat sich das Geld auch von anderen besorgt und hat als Sicherheit für diesen Kredit Zinseinkünfte aus diesem Haus zum Aschaffenberg genannt. Wir sind jetzt hier in der Druckwerkstatt des Gutenberg-Museums. Meine Werkstatt war ein bisschen größer. Ich hatte etwa 20 Mitarbeiter etwa gehabt. Aber hier kann man sich so das Prinzip vorstellen. Ich musste also zuerst Metalllettern herstellen, die ich benötigte zum Druck. Dazu habe ich im Handgießinstrument die entsprechende Anzahl an Einzellettern hergestellt, die dann in Entsetzkästen hinter mir einsortiert werden. Aus Entsetzkästen werden einzelne Zeilen zusammengesetzt in diesem sogenannten Winkelhagen. Der Trick dabei ist, es hat einen Anschlag links und rechts, sodass ich immer die gleiche Zeilenlänge bekomme. Blocksatz, sagen wir heute. Blatt eingelegt, zugeklappt, unter die Druckerpresse geschoben und dann gedruckt. Natürlich stand auch hier Pate einer Weinpresse. Immerhin hat man mir dort hinten ein Denkmal aufgestellt. Zu Recht. Denn nachdem ich hier in Mainz das Drucken mit beweglichen Lettern entwickelt habe, hat sich diese Idee dieser Erfindung explosionsartig über ganz Europa, über die ganze Welt ausgebreitet. Es war nicht meine Absicht, dass sich die Leute mehr Bildung erwerben. Ich wollte Geld verdienen. Aber, das ist daraus entstanden, Bücher sind billiger geworden. Man konnte sich Bildung erwerben und auf diese Art und Weise habe ich die Welt verändert.